Wenn zwei Frauen sich treffen und da hat eine zugenommen, ist es eine völlig andere Situation. Es ist eher so, oh hi Süße, du siehst aber toll aus. Geht so raus, sagt sie zur dritten, boah, hast du gesehen, die ist ganz schön fett geworden. Würden Männer nie machen, oder? Macht ihr nicht. Das könnt ihr gar nicht, habt ihr noch nie gemacht. Ihr seht euch, guckt euch an und sagt, alter bist du fett geworden. Aber steht dir.